Haltet Eierlei euer Maul! Ähm, ich würde auf Cargo spielen. Ja, auf Cargo. Ach ne, vergisst das Express. Jetzt haben die gerade eben schon gespielt. Das heißt, die sind da schon eingespielt und ich nicht. Ich würde dann, glaube ich, M-Tau spielen. Ist ja schon wieder einer reingejoint. So, jetzt fällt hier so ein schätzblöde Laster vorbei. Ihr werdet bestimmt riesiges Rauschen hören. Falls nicht, ähm, super. Ich würde, glaube ich, das nächste Live-Kommentary-Session in einem Team machen oder so. Und ich so auf, äh, keine Ahnung, irgendwie fragen. So, äh, wer will mit mir zocken? Die Ghost Camo sieht im übrigen scheiße aus. Dann hatte ich keine andere für die Cap 40, weil ich die einfach mal rüber... ...wetten, es war... Nee, aber egal. Ich würde es gar nicht wissen. Da hinten ist ein Evo-Noob. Oh, die Waffe höre ich auf 20.000 Meilen gegen den... Wo kommst du denn her? Mister. Wobei der Evo-Noob gehört zu uns. Vergiss es, Mann. Ich hab gesagt, vergiss es nicht. Bleib dabei. Boah, wie hasse das für ein Team ist es. Jetzt hab ich uns verraten. Jetzt wissen die, dass die zwei sind. Okay, schnell weg hier. Unser Spawn ist inzwischen hier. Okay, da ist einer. Äh, ich bin wie immer im Noob-Team. Ich laufe immer vom Spawn zu unserem Spawn. Zu unserem nächsten Spawn. Oh, Gegner-UAW. Jetzt bin ich gefickt. Muss ich im Team bleiben. Beziehungsweise bei dem Camper hier, wobei. Oh. Ja, ich hab den Namen nicht gelesen. Ja, okay, kommen wir mal zu dritt hier hoch. Ich werde nicht getrippt, auf keinen Fall. Ich hab doch gesagt, auf keinen Fall. Ich hab doch gesagt, auf keinen Fall. Okay, noch einer. Der spielt mit S12. Nein. Vergiss es, Mann. Du mit deinem Ballistik-Nerf erst recht nicht. Arschloch. Den hat der, oder? Ja, den hat der. Auf geht's UAV. Hevo-Noob. Hevo-Noob. Weiter geht's. Ähm, vergiss es. Hehehehe. Ich will ja nicht pushen, aber... Wie ich's einfach wusste, dass der nur noch einen Schiss braucht. Scheiße. Nein! Wir stirbten die ganze Zeit gegen diese Säckel. Wieso hätte ich mir jetzt die 4 noch nicht gekillt. So, weiter geht's. Blockt mich nicht. Ja, so, jetzt ist das dein Problem. Oh, fuck. Nicht auf mich. W-w-w-w-w-w. Äh, Punkt Pornhub.com würde ich mal sagen. Ist hier gegnerisch? Der Hunter-Killer immer noch in der Luft? Ich weiß nicht. Okay, hier ist irgendwo einer. Oh. Da sind sie alle. Ich hoffe, dass sie mich nicht sehen. Oh, fuck. Das war klar, das war klar. Ja, jetzt kommen sie gleich hierher. Der gehört zu uns. Okay. Weiter geht's. Man. Da ist auch niemand da. Checkt, dass die alle hier... Okay, das war meine Schuld. Ich müsste da auch checken können. Der ist da immer noch drin. So ist es, Mann. Oh. Ist ja super gelaufen. Ja, genau. Genau. Du Held. Mann. Tot bist du. Und du gleich auch. Kannst ja versuchen, mir zu folgen. Okay. Okay. Er ist zwölf Nub. Scheiße. Komm raus. Ich hab kein C4. Peinlich. Aber egal. Kill ist kill. Und da kommt die Granate uns noch entgegen. Ach, das wäre ja lustig geworden. Gewesen. Keine Ahnung.